Guten Morgen, ihr Lieben! Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich wollte euch mal mitteilen, wenn ihr Lust auf Schnupperpost habt, ihr möchtet Sensi mal kennenlernen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich stelle euch dann ein Häkchen zusammen und dann könnt ihr euch da mal durchschnuppern. Sensi hat einiges im Angebot, um zu duften und unser gängigstes sind die Wormer, die Duftlampen. Und das ist halt die kerzenlose Alternative zum Duften und es hält auch viel länger. Und wenn ihr Bock darauf habt, meldet euch doch einfach mal bei mir und dann schicke ich euch ein Päckchen raus. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Tschüss!